Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Academy-Video. Denn die Frage, was ist eine Dusting-Attacke, habe ich jetzt in den letzten Tagen sehr häufig gehört. Anlass dazu war wahrscheinlich, dass viele von euch auf ihr Wallet, meinetwegen auf das Sum-Wallet oder auf den Ledger, plötzlich eine sehr kleine Transaktion bekommen haben aus heiterem Himmel und man kann sich nicht erklären, warum. Hier mal ein Beispiel, 0,00001XRP, ja und darunter noch ein kleiner Text in der Memo. Es gibt natürlich zwei Gründe dafür, der erste ist, dass Leute einfach das Ganze als Werbeplattform nutzen, der zweite und eigentliche Hintergrund ist allerdings etwas anderes und zwar spricht man von sogenannten Dusting-Attacks. Wir werden uns jetzt anschauen, was genau eine Dusting-Attacke ist und ob das Ganze kritisch für dich ist, beziehungsweise ob du jetzt Angst um deine Coins haben musst. Ja, liebe Freunde, Dusting-Attacken gibt es schon viele, viele, viele Jahre und dementsprechend werden wahrscheinlich viele von euch irgendwo auf ihrem Ledger, bei irgendeinem eurer Projekte sicherlich mal eine solche Transaktion finden. Jetzt ist die Frage, muss ich mir Sorgen machen, können Angreifer eventuell irgendwie darauf zugreifen? Wir werden uns das Ganze jetzt mal genau anschauen. Zunächst einmal die Frage, was ist eine Dusting-Attacke überhaupt und der Artikel von Being Crypto bringt es hier hervorragend auf den Punkt. Bei einem Dusting-Angriff sendet ein Angreifer eine winzige Menge an Kryptowährungen an Bitcoin oder andere Kryptowallets. Bei dem Angriff wird nicht versucht, die Gelder auf irgendeine Weise zu stehlen. Vielmehr konzentriert sich der Angreifer darauf, die Transaktion zu nutzen, um die Person oder Gruppe hinter diesen Wallets zu identifizieren. Es wird versucht, Nutzer zu de-anonymisieren und ihre Privatsphäre zu verletzen. Der Name Dust, also zu Englisch Staub, kommt von den kleinen Mengen an Kryptowährungen, die wie Staub über die Blockchain-Netzwerke verstreut sind. Diese kleinen Mengen erhält man in der Regel auch beim Handel, aber diese sind nur das Ergebnis eines Trades, nicht eines Angriffs. Sprechen wir mal über den Bitcoin-Dust. Im Fall von Bitcoin wäre dieser Betrag ein Satoshi, so ähnlich wie eben bei der XRP-Transaktion zu sehen. Also ein sehr, sehr, sehr geringer Betrag. Wenn ihr sowas auf der Börse findet, dann bietet euch die Börse in der Regel an, mit einem Klick solchen Kryptodust einfach zusammenzuführen zu meinetwegen Tether oder sonstigen und ihr seid den Kram los. Aber obwohl sie nicht so folgenschwer sind wie andere Arten von Angriffen, sind Dusting-Angriffe inzwischen so bekannt, dass es sich lohnt, darauf zu achten. Es handelt sich um eine andere Art von Angriff, nicht um die übliche Art der Ausnutzung von Smart Contracts. Aber wie genau funktioniert das Ganze jetzt? Der Angreifer führt einen Dusting-Angriff durch, indem er Dust an zahlreiche Adressen sendet, um die Zieladressen zu verfolgen. Die Angreifer wissen, dass die meisten Nutzer von Kryptowährungen kleine Änderungen ihres Guthabens nicht wirklich bemerken. Daher überwachen sie den Abfluss dieser Spurenbeträge. Mit Social Engineering versuchen sie dann, die Identität der Person herauszufinden, um sie dann möglicherweise zu erpressen. Das ist die eigentliche Bedrohung durch den Dusting-Angriff. Die allermeisten Beispiele, die wir zu Dusting-Attacken finden, vor allem die großen Attacken, sind aber eh mit ungewöhnlichen Werbekampagnen zu vergleichen. Also wir sehen hier zum Beispiel, 2019 gab es sowas mal im Litecoin-Netzwerk. Da war es aber so, dass ein Litecoin-Miningpool eigentlich nur für sich geworben hat. Gleiches passierte auch nochmal bei Bitcoin. Da gab es dann ebenfalls einen Kryptomixer, der seine Plattform beworben hat. Also kann ich euch schon mal gleich beruhigen, allzu schlimm ist sowas nicht und ihr braucht euch jetzt also keine großen Sorgen machen. Jetzt ist natürlich die Frage, kannst du das irgendwie vermeiden, sowas zu bekommen? Nein, du kannst nicht verhindern, dass dir irgendwer etwas zuschickt, aber wenn du zum Beispiel auf deinem Börsen-Wallet das zugeschickt bekommst, kannst du eben direkt auf Convert Dust klicken. Es gibt auch einige Software-Wallets, die diese Funktionen anbieten, aber ansonsten ist es eigentlich auch nicht weiter tragisch. Solltet ihr auf euer Ethereum-Wallet mal Dust bekommen, seid da bitte vorsichtig, denn bei Ethereum ist es in der Regel so, dass die immer einen Link beifügen oder zumindest versuchen, dich irgendwie zu triggern, dass du auf diesen Link klickst. Und da kannst du dir natürlich auf was für komische Seiten gelinkt werden, also das solltest du auf jeden Fall unterlassen. Was du in jedem Fall machen kannst, ist, gib den Dust am besten gar nicht erst aus, also wenn du jetzt meinetwegen diesen Mini-Mini-Betrag von einem Coin hast, den du sowieso nicht großartig geführt hast, dann lass ihn einfach da und fang da gar nicht erst an mit rum zu hantieren. Und wie eben angesprochen, wäre das Einfachste, den Dust einfach zu kommentieren. Ja, ich kann euch also insgesamt beruhigen, so etwas kommt immer mal wieder vor und ihr könnt das nicht großartig verhindern, aber normalerweise sollte da nichts weiter passieren. Es gibt natürlich Versuche, euch in irgendeiner Form zu de-anonymisieren, aber das ist in der Regel sehr zeitaufwendig für den Angreifer, deshalb ist mir zumindest kein Fall bekannt, bei dem in irgendeiner Form jemand jetzt groß ausspioniert wurde. Habt ihr andere Erfahrungen, dann schreibt sie doch sehr, sehr gerne mal hier unten in die Kommentare, ansonsten hoffe ich euch kurz die Augen geöffnet zu haben, was es mit diesen Dusting-Attacken auf sich hat und ihr versteht so ein bisschen die Mechanik dahinter. Ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und auch news-technisch immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal und ansonsten bleibt mir gesund ihr Lieben und bis bald, ciao!